Ich freue mich auf das Spiel jetzt, Sonntag. Ich freue mich, dass es losgeht, dass wir einen schweren Gegner haben, weil die wissen nicht, wo sie stehen. Wir wissen nicht, wo wir stehen und das kann ein Vorteil sein. Man muss auch sagen, dass Brasilien sicher Favorit ist. Es sind sehr gute Mannschaft, gute Einzelspieler, aber wir müssen keine Angst haben und wir geben alles, weil wir gegen große Mannschaften immer gut sind.